Da muss man schon ein rechter Sportmuffel sein, um diesen Namen und den dazugehörigen Sportler nicht zu kennen, Luan Karasnici. In seinem Rottweiler Sportgym ist er groß geworden und bietet nun anderen die Chance hier zu trainieren und sich im Boxsport weiterzuentwickeln. Also ich bin hier seit 1987 und allgemein die Halle hier habe ich seit 97. Also im Prinzip sind es schon 16 Jahre und ich habe meine größte Vorbereitung, meine Profikarriere habe ich hier gemacht. Der 40-jährige gebürtige Kosovo-Albaner hat zwar seine aktive Karriere beendet, aber auf die faule Haut legen, das ist nicht sein Ding. Im November will er wieder in den Ring steigen, diesmal für einen guten Zweck. Sein Gegner Uwe Hück, Porsche-Betriebsratsvorsitzender und seines Zeichens zweimaliger Thai-Box-Europameister, der einstweilen schon einmal zu Besuch nach Rottweil kam und das nicht mit leeren Händen. Ich bin ja wie ein Robin Hood, ich bin meistens bei den Reichen und wenn ich von denen weggehe, sind die meisten erleichtert. Und der Wiedeking an der Stiftung, und da bin ich Stiftungsvorstand drin, wir haben in den letzten zwei Jahren eine Million Euro ausgegeben für soziale Zwecke und das sind 5000 Euro nicht viel. Nicht viel für den Spender, sehr viel aber für den Adressaten der Spende, den Boxsportverein Rottweil, der mit diesem Geld neue Trainingsausrüstung besorgen will. Der bevorstehende Kampf soll indessen noch mehr Geld bringen. Also wir haben ja eine Überschrift, Luan und ich, das heißt ja blaue Flecke für soziale Zwecke. Also man kann auch in Deutschland nicht nur auf die Politiker schimpfen, sondern muss auch selber sich engagieren für diese Gesellschaft. Und er hat ein gutes Projekt, SOS Kinderdorf und ich möchte eine Stiftung gründen und das heißt Lernstiftung. Ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, die nicht so gut in Deutsch lesen, schreiben, rechnen sind, die können dann bei mir kostenlos, aber nicht umsonst, dann die Schule machen und dafür brauche ich eine Stiftung und deshalb gehen wir beide nochmal in den Ring rein. Gegeneinander kämpfen und doch gemeinsam gewinnen. Ein beeindruckendes Vorhaben. Der gegenseitige Respekt ist spürbar. Aber was mir bei ihm gefällt, er ist Mensch geblieben und er hat Erfolge und denkt trotzdem an SOS Kinderdörfer. Er denkt an Kinder, denen es nicht so gut geht. Und deshalb habe ich so granatemäßen Respekt vor ihm, denn man sollte nicht vergessen, wo man herkommt. Ich habe riesen Respekt vor seiner menschlichen Leistung, was er schon gebracht hat und vor allem die sportliche Leistung. Das kann ich, am Anfang habe ich gar nicht so richtig bewerten können, aber ich habe jetzt ein bisschen rumgechattet, ich habe ein Buch von ihm gekriegt und ich habe ja seine Vita ein wenig durchgelesen. Und ich glaube, Uwe Hügg verdient höchsten Respekt, dass er in seinem Alter, in seinem jetzigen Stand, wo er ist als Mensch, dass der sich trotzdem der Aufgabe stellt und sagt, Luan, komm, hau mich oder ich hau dich. Und dann, es ist natürlich schon ein riesen Respekt, da muss man Hut ab und ihn loben. In der Tat, Loben ist hier in besonderem Maße angebracht. Und für besondere Freude sorgte zusätzlich die Entscheidung von Luan Krasnitschi, in Zukunft auch die Respekt-Initiative zu unterstützen. Als neuer Respekt-Botschafter. Liebend gerne, ich bin darauf hingewiesen worden von Uwe Hügg und ich bin auf der Webseite natürlich gegangen, habe gesehen und ich habe diese ganze Prominenten geschaut, aber ich habe mich nicht gesehen. Und ich freue mich, dass ich überhaupt dabei sein darf.